auch mal ein bisschen weiter rechts falls da was gespawnt ist ja Oh, da war einer auf der Baustelle. Hier oben am blauen Zaun dahinter. Okay. Ja, schön. Da rein. Was tun? Hier ist noch einer. Is down? Ja, cool. Das bin ich. Okay. Boah, die haben mich schon getroffen, der war nicht übel. Ich sehe sonst erstmal nichts weiter. Jetzt bin ich. Mhm. Okay, cool. Da ist noch einer. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Seit wann spawnen hier Scavs? Keine Ahnung. Wo ist er denn? Das waren zwei, würde ich sagen, oder? Ja, ja. Einen habe ich hier, aber den zweiten sehe ich nicht. Einer hat irgendwie von unten Richtung Checkpoint und der andere irgendwie aus Richtung Tankstelle diesen Gang am Gittenhügel. Läufst du hier? Läufst du hier? Ja, ja, ich schüpf hier noch. Bist du über Metall gelaufen? Ja, okay. Einen habe ich. Alter, was ist hier los? Oh, fuck. Warte, ich komme mal mit. Wo ist der Hund? Was bin ich? Was bin ich hier? Habe ich. Habe ich. Okay, hast du. Okay, cool. Halt da oben. Alter! Warte, ich komme zur Rettung. Okay, hast du. Alter. Ist es jetzt gut hier, oder? So, den einen mit der Mosin hast du hinten erlegt. Ja. Oh mein Gott, da. Ohne Mosin. Ich habe jetzt einen Helm auf. Ja. Ich muss das mal nachgucken. Ich renne hier. Okay. Ich kriege mal einen Container. Ich bleibe quasi an meiner Leichen sitzen und knippe nach. Okay. Den habe ich schön hinterhältig aus. Wo es herkam? Der Wahnsinn, hier oben eine Million. Ah ja. Scheiße. Der eine Skate hat noch eine Ushunga. Ah, okay. Den brauchst du eine, nicht? Ja. Wo der hinten Stash ist, der hat noch eine Ushunga auf. Oli. Kein Mensch versteht das. Ein Easy One Mac. Ach so. Ach so. Ach so. Das ganze Magazin auf den leer gefeuert habe. Brauchst du noch einen großen Rucksack? Was heißt groß? Naja, so ein Skate Backpack. Nö. Eigentlich nicht. Das Ding könnte man mitnehmen. Ein Easy One Mac. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, komm her. Ah. Der hat noch eine Ushunga auf. Okay, geil. Ich auch gleich. Ich bin zwischen den zwei Betondingern. Gut. Na dann wollen wir zum Ressort. Äh Quatsch zum. Ja, ich würde das schon langsam rüber laufen, oder? So lange hat das gedauert, bis er ungefallen ist. Ja, der hat ordentlich geschluckt. Hast du ja gesehen. Die Bodyarmure habe ich komplett runtergeschossen. Da war nicht mehr viel dran. PS ist halt nicht so. Nicht so geile Munition. Das habe ich zwei. Das war eine geile Waffe. Aber wieso das, Oli? Ja. 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 Jetzt komm ich ja mit PS-Munition, Alter. Das geht doch wieder nicht gut. Ich guck mal, ob ich ins Zweierdorms reinkomm. Warum? Ja, weil der vorne draußen gelaufen ist. Ach so. Nee, der ist hier im Zweier drin. Ja, dann ist doch gut. Ja. Alter, was ist denn jetzt hier? Mann, das war noch nie so schwer durch Fenster zu kommen. Hast du geschossen? Naja, das waren wahrscheinlich die Guards. Okay. Ich komm jetzt rüber. Schleichst du hier am Fenster durchs Gras? Durchs Gebüsch? Bist du Richtung Treppe, Stefan? Ja. Ich geh hoch in die zwei. Da liegt schon was tot. Ich bin im L. Unten. Da war das wahrscheinlich ein Spieler. Wo bist du? Ich bin in der zwei. Okay. Ich komm zwei hoch. Was? Hier hinten ist erstmal nix. Warte mal, ich mach mal Lampe an. Okay. Okay. So. Was muss ich? 203. Wo sind die Scheißer? Das ist doch hier vorne. Das ist doch hier vorne. Mal langsamer. Ein paar Namen dran. 208. 206. 208. 208. 208. 209. 209. Alter was ist hier passiert? Übelstes Gemetze. Hast du jetzt den Raum? Ja ja, ich bin drin. Ich flute fröhlich. Suchst du auch was? Ich flute ja. Krabbel mal die Leichen an. Warte mal, ist hier unten was aus Gras gelatscht? Scheiße, wir haben kein Geld mit. Dann könnt ihr mal mit dem Auto rausfahren. Hast du Kohle mit Stefan? Moment. Ja, ich hätte was dabei. Okay, kannst du mir etwas leihen? Eine kleine Leihgabe? In meinem Raum 203. Warte, ich schmeiß hier mal was in die Tasche rein. Ja. Oh, liegt drinnen. Sehr schön, massiv. Schlangen gleich nähere ich mich dem Objekt der Figierte. Oh, was war das? Ja, ich weiß nicht. Ja, kommt was. Ja, kommt was. Ja. Achtung, Matze und die Granaten. Ist das Rechalasbanter? Die hätten aufgeschrien nach der Granate. Ja, der ist Spieler. Aber da scheint noch was zu sein. Kommt. Ja, überhaupt nicht. Ich muss ihn doch getroffen haben, Alter. Jetzt vandaliert er vor lauter Hass in der Bude rum. Okay. Haut euch das Fenster ab. Das hat sich so angehört, ja. Achso, der. Ich dachte wir. Der Stiefel ist noch einer. Ja, ja. Der ist vorne in den Raum rein, rechts. Boah, ich bin tot. Schon wieder. Alter. Ich hab bloß, die sind mir so nach hinten gekippt hat. Und dann hab ich irgendwie... Dann war bei mir auch schon wieder Schluss. Einen hab ich erlegt. Ach nee, das war ja da oben an Sendemassen. Oh, das sind mir auch. Oh, das sind mir auch. Der Schiff. Der Schiff. Der Schiff. Der Schiff. Der Schiff. Der Schiff.